Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 zu einem weiteren Autotrive Tutorial Bunkersilo einfahren 2.0. Sagen wir mal ganz einfach. Ja, warum 2.0? Ja, es gab ja schon mal ein Video von mir zum Bunkersilo einfahren. Da hatten mir dann einige Zuschauer geschrieben, ja, fahrt doch nicht rückwärts in das Silo rein. Klar, müssen wir rückwärts rein. Aber nicht mit rückwärtsstrecke, sondern mit beidseitig befahrbarer Strecke, so dass die gleich wieder als Ausfahrt genutzt werden kann. Dachte ich mir, gut, muss sicherlich auch funktionieren. Hatte ich dann mal so ein bisschen noch was ausprobiert. Ich muss ehrlich sagen, das geht auch sehr gut. Ja, und dann hatte mich der LS noch angeschrieben, er kommt nicht zurecht mit seinem Bunkersilo, wenn seine Fahrer das Häcksel gut bringen, wenn das Silo halb voll wird, kommen sie nicht mehr fort. Nicht immer, aber manche kommen dann einfach nicht mehr fort, fahren nicht zurück zum Feld, stellen die Arbeit ein, wie auch immer. Ja, dann hatte ich ihm gesagt, schick mir doch mal deine Datei. Ja, das hat er getan. Und ja, das ist richtig. Wenn ich mal hier das Ganze anschalte, sieht man das jetzt? Doch, sieht man. Also er hat die Strecke rückwärts eingefahren und ist dann von hier aus vorwärts raus, aber ist eben hier zu kurz rum. Wenn ich jetzt den ganzen Trecker in der ganzen Länge sehe, dann leuchtet mir das schon ein, denn er würde jetzt abgekippt haben, wenn das Silo etwas voller ist. Dann findet er natürlich jetzt hier keinen Weg, wo er wieder wegfahren kann. Wenn er könnte jetzt sein, er nimmt den Vorwärtsstrecke, fährt nochmal zurück, dann würde er nicht aufs Silo kommen. Also das ist schon, ja, das ist ja einfach zu kurz. Ich meine, da braucht Autotrive schon ein bisschen mehr Platz. So, ich habe ihn das Ganze dann mal abgeändert. Das müsste man eigentlich hier finden. Ich glaube, das ist dann der Kurs gewesen. Den laden wir mal. Genau, das hatte ich ihn dann abgeändert, schon mit blauer Strecke. Das, was ich vorhin erwähnte, das sieht jetzt so aus, dass praktisch meine Fanglinie, sage ich mal, zum Wegfahren hier vorne hingesetzt habe. Die Linie hier zum Silo-Ausladen ist geblieben. Die andere Linie ist auch geblieben, um manuell auch an Silos auszukippen. Und hier hinten ist die Zufahrt gewesen. So habt das dann praktisch, hier vorne sehen wir sind drei Punkte blau, sodass wir rückwärts fahren. Wir fahren auf die erste Linie und schieben dann hier rückwärts ins Silo rein. Haben dort sechs Abladestellen und er nimmt praktisch die blaue Linie, weil er ist ja beidseitig befahrbar, nimmt er auch wieder zum rausfahren. Dass das problemlos geht, können wir mal hier gucken, wenn wir ihn jetzt hier einfach einstellen und sagen, er soll in Silo-1 fahren, dann macht er das natürlich auch. Müssen wir jetzt hier ein bisschen rückwärts rangieren. So klickt nicht mit Drehschemeln. Aber viel besser sieht es auch nicht aus. Ich glaube, er hätte vorwärts fahren sollen. Ich wollte nämlich hier auf die Zufahrt einfach bestellen und sagen ihm jetzt einfach, er soll ins Silo-1 fahren und mein Wecken auch. Wir nehmen einfach hier 2 oder 1, ist fast egal. Schicken wir mal einfach dorthin. Da sehen wir, er fährt dann vor und fährt dann auf der Rückwärtslinie bis hinter zu seinem Haltepunkt. Ich habe hier auch die Linie ein bisschen weiter rausgezogen, an der blauen Linie vorbei, so dass der Trecker auch genug Platz hat, um mit seinem Hänger, wenn er hinten rumkommt, dass er auch entsprechend gerade zieht. Weil er fährt ja nicht exakt genau vor bis auf den Punkt. Er fängt ja vorher an rückwärts zu schieben. Man könnte vielleicht die grüne Linie noch ein bisschen weiter rausziehen. Das würde natürlich auch gehen. Hier ist es jetzt so, dass ich die Strecke auch rückwärts eingefahren bin und habe mir dann jeden zweiten Punkt rausgelöscht und habe die anderen Punkte in blau eingefärbt. Ist relativ aufwändig. Und ja, es geht auch noch ein Touch einfacher. Dazu laden wir ganz einfach mal noch eine andere Strecke. Und zwar, ich glaube, Silo-2 hatte ich dann auch noch mal eingefahren. Entsprechend auch mit sechs Abladepunkten nach gleichem Prinzip, so dass... Auch rückwärts eingefahren. Wie gesagt, jeden zweiten Punkt rausgelöscht und wir haben hier drüben wieder sechs Abladepunkte. Ja, und wir könnten hier das Silo entsprechend befüllen. Ja, und dann hat mir schon relativ aufwendig. Ich habe das alles mit Hand gelöscht dann. Praktisch immer jeden zweiten Rückwärtspunkt rausgelöscht. Er setzt ja beim Rückwärtsfahren relativ eng die Punkte. Jeden zweiten rausgelöscht und dann alles zusammengeklickt, so dass es blau wird. Und dann hatte ich noch was anderes probiert. Und zwar ist das dann die Variante hier. Die laden wir mal. Ja, ja, drüben sind nur fünf Abladepunkte, weil das von der Breite her auch reicht. Das gucken wir uns auch gleich an. Und hier bin ich das Ganze aber nicht rückwärts eingefahren, sondern vorwärts und habe dann die Strecke bloß in blau geändert. Habe dann hier vorne einfach nur zwei Anfangspunkte blau, fahre genauso drauf auf die Linie, um dann entsprechend rückwärts abzukippen. Das wollen wir uns mal angucken. Das geht relativ einfach, das so hier entsprechend einzurichten. Mit kleinen Hilfsmitteln, muss man auch sagen, weil das ist definitiv mit GPS eingefahren. So, laden wir uns erstmal die andere Strecke. Und zwar nehmen wir das hier, wo bloß das Silo 1 drin ist. Ja, und fahren uns hier das Silo mal ein. Das wollen wir uns heute angucken. So, erstmal stellen wir hier unseren Trecker ins Silo, weil wir müssen erstmal messen, wie breit Silo ist, für meine Begriffe. So, fahren wir einfach mal hier rein ins Silo, stellen den mal so ein bisschen gerade hin und gucken am besten mal von hinten auf unseren Trecker 354. So, ich habe es mit der Hans-Vehicle gemacht, weil, finde ich, geht am besten, weil wir da das meiste sehen. Wir schalten es mal an. Er sagt natürlich, er kann jetzt keine Fahrspuren erstellen. Klar, ich habe hinten den Arbeitsgerät dran, ne. Ähm, halt so rum. Ähm, wir haben jetzt hier unsere Strecken, die wir vorgegeben kriegen. Wir sehen hier unten, wir haben eine Arbeitsbreite von 6 Meter, also die Bahnen sind 6 Meter auseinander. Ich weiß, dass ich hier drüben 5,50 Meter habe, weil ich habe mir ganz einfach das Silo ausgemessen, wie breit das Silo ist. Das geht relativ gut, denn wenn wir jetzt hier einfach mal unsere Breite verringern, 5,50 Meter und schieben wir einfach die Strecken rüber, sehen wir, auf der linken Seite, die Spur ist kurz vorm Mauer. Hier sind wir kurz vor der Mauer und haben jetzt hier eine Breite. Wenn wir jetzt hier mittig fahren würden, haben wir sozusagen mit 5,50 Meter die 6 Spuren, so wie das linke Silo eingefahren ist und hätten eine Breite im Silo von 33 Metern. Denn 6 x 5,50 Meter ist nun mal ganz einfach 33. Ähm, wenn der Fahrer ja abkippt bei 5,50 Meter Breite, also unter 5 Meter, würde ich die Spur nicht wählen, muss ich ehrlich sagen. Weil er kippt ja nach hinten ab. Das Exegut läuft relativ weit breit. Also so von 5 Meter, ja, ist fast zu wenig. Also 5,50 bis 7 Meter, das ist so optimal. So, wenn wir natürlich 33 durch 5 rechnen, sind wir bei 6,60 Meter. Da werden wir hier ganz einfach mal auf Arbeitsbreite 6,60 Meter stellen und das Ganze dann uns rüber verschieben. Da sehen wir schon, das passt eigentlich auch genauso hervorragend rein. Und mit 5 Spuren kommen wir hier eigentlich genauso aus. Wir müssen nicht 6 Spuren machen, wie es da drüben sind und könnten so praktisch unser Silo einfahren. Das ist vollkommen ausreichend. Da wird das Silo genauso voll. Das geht eigentlich wunderbar. Ich habe auf einem anderen Spielstand das schon ein bisschen ausprobiert. Muss ich auch dazu sagen, weil es mich selber auch interessiert hat. Und ja, dann werden wir den ganzen Spaß mal hier einfahren. Wir fahren erstmal vorne hin. Wir fangen hier drüben mit der Spur an. Wie gesagt, hier drüben das Silo, das habe ich so gemacht. Wir stellen ihn einfach auf die Spur drauf. Hier habe ich es wirklich so gemacht, dass ich rückwärts gefahren bin. Bei den ersten Silo. Ganz normal Aufnahme gedrückt. Bin dann einfach nur rückwärts gefahren. Da setzt er ja die Punkte als Rückwärtsstrecke und die setzt er natürlich relativ eng zusammen. Bin dann hergegangen bei allen Spuren. Hier sehen wir jetzt unsere Rückwärtsstrecke. Ich habe bloß mal die Spuren ausgemacht. Und habe dann praktisch, jetzt muss ich selber erstmal gucken, ab dort, ab hier habe ich dann sozusagen hier jeden zweiten Punkt rausgelöscht. Gut, hier ist keiner weiter. Und habe dann praktisch das Ganze per Hand entsprechend auf blau verbunden. Geht. Dauert eine Weile. Aber ist natürlich relativ aufwendig. Dann habe ich mir überlegt, müsste doch eigentlich auch gehen, wenn man das Ganze, wir löschen das mal hier wieder, natürlich in Vorwärts einfährt. Dachte ich erst, das sind zu wenig Punkte. Aber wie gesagt, auf einem anderen Spielstand habe ich es ausprobiert. Können wir es jetzt nachher auch noch mal kurz laden. Das geht eigentlich wunderbar. Die Punkte reichen uns dort genauso aus. Da müssen wir nichts weiter machen. Wir drehen das natürlich um, weil wir wollen ja vorwärts reinfahren, damit wir eine normale grüne Strecke kriegen. Klar, müssen wir die auch noch blau machen. Die könnten wir blau einfärben. Aber da müsste man erst günstliche Abzweige machen. Und das geht so rum, wenn wir das mit der Maus machen, geht das eigentlich genauso gut. Wir stellen uns hier ganz einfach bis hinten hin, bis zu der Kante. Und drücken dann einfach Aufnahme und fahren dann ganz normal bloß vorwärts ins Silo rein. So, er setzt jetzt hier noch einen Punkt. Ich will natürlich weiter vorne noch einen haben. Ich drücke, mach die Aufnahme aus, mach es nochmal an und noch wieder aus, dass ich... Ach gut, er setzt mir nicht vorne hin den Punkt. Na, ist egal. So, nehmen wir die zweite Spur. Weil die Punkte müssen wir uns dann halt noch ein bisschen nach vorne verschieben, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Also sehr viel fahre ich hier nicht. Ich klicke dann eben relativ viel mit der Maus zusammen, muss ich wirklich so sagen. So, nicht, dass wir hinten runterfahren, dass wir noch hier im BGA-Bunker lanken. So, nicht zu schnell, dass wir hier durch die Mauer fahren. Zack. So, nächste Spur. Erstmal einrasten hier, dass wir gerade sind. Hier jetzt speziell auf der Orpelerin, wo wir sind, den Punkt, den wir jetzt hier als Startpunkt nehmen, könnte sein, dass wir den noch ein Stück weiter vorschieben müssen dann. Weil es kann sein, beim Rausfahren aus dem Silo erwischt er die Einfahrstrecke hier, was die grüne Strecke ist. Er schiebt dann nicht ein Stück zurück, aber er biegt dann halt ein Stück später ab und fährt hier über den Beton. Und wenn es kann sein, dass er hängen bleibt, dann müsste man sich das ein bisschen noch zurückschieben, aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Ich habe gesehen, wenn er nämlich die Einfahrstrecke beim Silo ausfahren nimmt, was die grüne Strecke hier drüben ist, dann fährt er nicht von dem Punkt auf die Fanglinie, sondern er fährt hier vorne eine etwas größere Kurve über den Beton. Das würde heißen, er kommt hier rum und könnte sein, dass er hängen bleibt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, es ist möglich, dass das passiert, aber da müsste man sich das halt ein Stück zurück verschieben. So, dann drücken wir ja Aufnahme, fahren wir ja noch die dritte Spur ein. Wir waren schon gar nicht so weit hinten, wie man sieht. Hier hat man genug Platz, dann geht es hier schon wieder nach unten. Da halten wir auch, versuchen wir auch auf der Höhe anzuhalten, so wie wir die anderen Punkte gesetzt haben. Das Stück Blau müssen wir uns dann entsprechend auch mit der, wie gesagt, mit der Maus dann entsprechend machen. Wir machen erstmal hier die Einfahrlinien und dann drüben noch die Spur 5. Das fangen wir dann auch entsprechend hier in der Höhe an. Hier müssen wir mal gucken, weil ja noch die Ausfahrt ist. Das geht aber trotzdem dann. So, Vorwärtsgang rein. Dass wir dann nicht die falschen Punkte in Blau färben oder so. So, dann sind unsere Einfahrspuren im Grunde genommen schon fertig. So, was ich jetzt noch mache, gleich einmal, weil ich die Breite entsprechend habe. Wir haben ja hier vorne unsere Zufahrt. Ich muss es mal ein Stück weiter vorstellen, da sehen wir das besser. Das hier ist ja unsere Zufahrt und wir biegen ja auch hier drüben. Wie man sieht, wir biegen, das ist die Zufahrtslinie hier, das ist die Zufahrtslinie. Und wir biegen kurz nach der Einfahrt 5, biegen wir dann ab, dass wir den Bogen kriegen auf die 6. Und um die Punkte ordentlich zu setzen, nutze ich natürlich auch gleich das Raster. Ich schiebe mir das jetzt entsprechend bloß rüber. Dass ich auch, wenn man jetzt die gelbe Linie sieht, hier entsprechend ist unsere erste Einfahrt. Und hier wäre zum Beispiel der Abzweig für unsere zweite Einfahrt. Und da setze ich mir jetzt hier auf die Kreuze. Hier vorne haben wir keinen. Da stelle ich mir einfach bloß einen Punkt. Den zweiten Punkt, den können wir gleich hier nutzen. Den schieben wir uns einfach hier rüber. Dann brauchen wir hier noch einen Punkt. Also das ist jetzt vom Tracker der Mittelpunkt. Und das ist unsere Linie von der Spurbreite. Hier haben wir noch einen, den können wir auch gleich nehmen. Den nehmen wir auch gleich auf den Punkt. Und hier hinten werden wir den gleich nutzen für die letzte Spur, weil es ja eh schon um die Kurve geht. So, jetzt müssen wir die natürlich hier entsprechend einbinden. Müssen wir einmal hier auftrennen. Mach mal das hier aus, dass man es besser sieht. So, und dann müssen wir von hier nach dort. Wir müssen nach dort. Dann müssen wir den hier noch mit einbinden. Dann müssen wir entsprechend auftrennen. So, und dann sollte erstmal die Abzweipunkte, die wir brauchen, in entsprechender Breite, da wird auch unser Abzweich relativ symmetrisch, sage ich mal, doch gleich, schon mal fertig. Wie gesagt, hier hinten die letzte Spur, da nutzen wir hier schon die Kurve ein bisschen mit. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, wie gesagt, die Strecke muss natürlich jetzt unsere Endpunkte, die müssen wir uns noch rutschen. Und dann muss natürlich das Ganze noch entsprechend in blau eingefärbt werden. Das war natürlich schon mal der verkehrte Punkt, den ich angefasst habe. Ich wollte den hier. Wie man drüben sieht, wir können hier ruhig in so einen Bereich der letzten Kachel. Wir sind ja rückwärts reingefahren, also er eckt nicht hinten an. Das reicht uns schon hier so aus. Das müssen wir natürlich noch verbinden. Den müssen wir entsprechend vorschieben. Nach Möglichkeit auch relativ gerade. Den brauchen wir auch hier vorne. So, und dann müssen das natürlich alles rückwärts strecken werden. Weil das sind jetzt nicht so viele Punkte, wie wenn wir das rückwärts einfahren würden. Da lässt sich das relativ gut machen. Die anderen zwei machen wir auch gleich. Wenn wir mehr Fahrbetrieb hätten oder mehr Spurne hätten, dann wird es auch dazu kommen, dass wir dann auch mehr Linien haben. So, das letzte Stück, das färben wir nicht mehr blau ein, weil wir sehen ja hier drüben, haben wir auch den Abzweich geschaffen auf unserer Ausfahrtslinie. Und da werden wir uns hier so, wenn wir gucken, den Punkt hier nehmen, das ist ja jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, näher heranzoomen, das ist ja praktisch unsere Linie nach vorn. Da werden wir uns hier so in der Höhe, das reicht zum Ausfahren, da werden wir uns auch entsprechend hier einen Punkt auf der Linie setzen. Wir werden hier drüben brauchen wir einen. Und hier brauchen wir auch einen, der wir natürlich kräftig da nehmen. So, das muss natürlich noch blaue Linie werden, mit der vorne. Da sehen wir schon, dass wir auch die Flucht haben, wenn wir erst die Linie verbinden, sehen wir auch, dass wir schön auf der Flucht sind. Deshalb verbinden wir das erst und schieben uns das dann entsprechend rüber. Halt, rückwärts. Eigentlich könnte ich jetzt auch von hinten drauf gucken, da sieht man das vielleicht auch besser. So, dann müssen wir natürlich das nach dort auflösen, weil das wollen wir ja nicht in grün, wir wollen ja rückwärts fahren. Das war natürlich jetzt günstig, war der falsche Punkt, ne? Wir wollen dorthin auflösen. So, wir brauchen den Punkt, müssen wir noch auflösen, zu denen. Den, zu denen. Jetzt muss ich mal die Kamera ein bisschen drehen, sonst blicke ich in mein Autodreiffenster rum. Den wollen wir auch lösen, zu denen. So, jetzt drückt man ganz einfach rechte Shift-Taste, die rechte Shift-Taste. Und verbinden das mit denen und das mit denen, weil wenn wir die rechte Shift-Taste drücken und mit der Maus klicken, dann wird es ja, ich hoffe man es erkennt man, wird ja hellblaue Rückwärtsstrecke. Das reicht uns zum rückwärtsfahren. So, den nach dort und den nach dort. Hier genau dasselbe. So, dann müssen wir die letzten zwei Spuren noch machen. So, den setzen wir einmal da vorn hin. Den ebenfalls. So, dann müssen wir die nächste Mal. Hier müssen wir natürlich jetzt aufpassen, wo wir sind. Wenn wir hier drauf gehen, wir sehen ja den Punkt, was jetzt hier hinten, der rosa Punkt, der aufleuchtet, den müssen wir einfärben. Sollten wir auch bloß ein markiert haben. Wenn wir mit der Maus hingehen, markiert es den zweiten mit. Also den einen, obwohl wir nicht richtig drauf sind mit der Maus. Das reicht schon, wenn er blau ist. Dadurch verbindet das. Auch beim Markieren müssen wir bloß hingehen mit der Maus. Dann wird er grün. Achso, den braucht man ja schon gar nicht mehr. Weil nicht, dass wir dann was anderes einschalten oder einstellen. So, hier genau dasselbe Prinzip wie hier drüben. Wir setzen uns jetzt hier noch zwei Punkte hin. Einmal dort und einmal dort. Und den verbinden wir schon mal. Werben das schon mal. Naja, jetzt komme ich schon gar nicht richtig hin. So, jetzt ist er grün. Okay. Was gucken. Na, ich habe doch hier einmal zu viel geklickt. Habe ich jetzt geahnt. Nehmen wir mal hier noch ein Stück zurück. So, den setzen wir hier auf die Linie. So schnell geht das nämlich. Ich habe mich jetzt gewundert, warum es den immer mit einfärbt, wenn ich hingehe. So, die Linie passt auch einigermaßen. So, wie gesagt, dann den nachher vorn auflösen. Den nach dorthin auflösen. Hinten ist unser blauer, äh, unser Anfangspunkt. Den lösen wir auf. Und geht das jetzt? Oder geht mein, gut, das Menü geht nicht auf. Okay. So, und dann muss das Ganze natürlich jetzt noch entsprechend eingefärbt werden im Blau. Oder als hellblaue Strecke verbunden. Somit werden erstmal die Zufahrten bis hinter fertig. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Abzweige, sodass wir auf die blaue Strecke drauf kommen. Beziehungsweise machen wir als allererstes mal unsere Ausfahrten hier oben. Das geht am allerschnellsten. Wir müssen ja jetzt von, wie man hier drüben sieht, von der Rückwärtsstrecke, ein Stück näher ran, dass man das sieht, also von dem Übergang, wo jetzt von blau auf, und drehe ich es jetzt so rum, von blau auf, also von rückwärts auf beidseitig befahrbar, müssen wir natürlich jetzt hier abzweigen. Und da sieht man auch, ich habe einfach bloß eine Linie quer rüber. Das reicht vollkommen aus. Ich muss da keine Kurve fahren, kein Nichts. So, das können wir uns hier hinschieben. Das müssen wir einmal so verbinden. Das war sozusagen die erste Spur. Dann brauchen wir hier die zweite Spur. Da brauchen wir hier zwischen einen Punkt. Den setzen wir uns hier einfach. Dann müssen wir mal gucken. Der ist mit dem verbunden. Dann verbinden wir das erstmal bis hier rüber wieder. Und den nach dort. Ja, und hier können wir einfach den Ausfahrtspunkt hier schon mit nutzen. Oder den Punkt können wir ja schon nutzen. Das reicht schon so zu. Von hier können wir schon einfach auf die Kurve gehen mit. Damit findet er auch einen Weg nach draußen. Und von dem Punkt aus, das reicht, wenn wir hier drüben rangehen. Das reicht vollkommen zu. Den könnten wir uns ein Stück weiter noch nach vorn verschieben. Das ist ja praktisch von unserer Einfahrtstrecke. Und das ist die Linie, die entlang führt. Das reicht so vollkommen aus, dass wir hier nach vorn wegfahren können. So, die Ausfahrten wären schon fertig. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Zufahrten. Bei den Zufahrten ist es so, wenn wir jetzt vorne... Gucken, wie rum ich das jetzt drehe. Dass man es am besten sieht. Na, wird man jetzt nicht so richtig erkennen. Aber das gucken wir uns gleich noch mal. Das soll ja die Zufahrt sein. Der Punkt, den wir uns vorhin gesetzt hatten. Für die Zufahrt hier hinten. So, und das könnten wir uns jetzt hier mit der Maus aufziehen. Wie man das sieht. Wenn wir natürlich ein Stück raus wollen, dann passiert folgendes. Ich weiß nicht... Dass man vorne den Punkt markiert. Fauen wir hier noch ein Stück zurück. Ja, jetzt sieht man es schön. Wenn ich das hier aufziehe, macht der hinten so eine komische Kurve. Das würde natürlich nicht funktionieren. Also das funktioniert so nicht. Mit der Kurve mit rückwärts. Das... Ja... Das müsste man dann wieder entsprechend rauslöschen. Was ich dann immer mache, wenn ich jetzt von vorwärts komme, hier auf rückwärts, dass wir eine schöne Kurve ziehen können. Ich setze mir hier einfach noch einen Punkt. Und verbinde das erste Stück in die Rückwärtsstrecke rein. Das kann hier so richtig dran sitzen. Das reicht vollkommen aus. So, wenn wir jetzt vorne... Mal rauszoomen. Dass ich meinen Punkt wieder habe. Wenn wir jetzt hier klicken und gehen hier auf den Punkt, den wir eben geschaffen haben, können wir hier schön die Linie rausziehen. Ich ziehe die natürlich ein Stück drüber, über die blaue Linie, damit er auch entsprechend seinen Hänger gerade stellen kann. So. Brauchen wir bloß anklicken. Fertig. Und das machen wir jetzt mit den anderen Punkten machen wir das noch genauso. So. Ich will das hier ein Stück rückwärts rangieren, dass ich besser was sehe. So. Wie gesagt, wir brauchen jetzt einmal hier ein. Da setzen wir uns hier einen Punkt hin. Also Punkt setzen, linke Steuerungstaste und linke Maustaste drücken. Ich denke mal, das dürfte jedem klar sein, ne? So. Hier setzen wir uns noch einen hin. Halt, rückwärts gang. So. Dann brauchen wir hier noch einen. Und wir brauchen natürlich auch hier drüben noch einen, so dass wir den Punkt, den wir anbinden wollen, mit unserer Strecke. So. Jetzt müssen wir natürlich noch die Abzweige entsprechend einrichten. Ne? Das ist ja der erste. Hier drüben ist dann der zweite. Hier unten ist unser Anfahrpunkt. Ich hoffe, man kann ihn sehen, dass er es hat. Aber das müsste eigentlich gehen. Ein Stück weiter rausgezogen. Ich glaube, die Linie sieht man gerade nicht so gut. Wie gesagt, dass er drüber fährt, wenn er dann hier steht und zurückfährt, wie man vorhin gesehen hat, dass der Hänger einigermaßen gerade gestellt ist. Das verbinden wir nach dort. Ziehen wir auch entsprechend hier drüber. Die Strecke, jetzt sehe ich nichts. Wo ist der Punkt? Hier ist er. Nach hier auch entsprechend drüber. Und hier gehen wir einfach von dem Punkt aus. Da sehe ich natürlich gar nichts. Aus der Kurve schon mal raus. Und das ist jetzt hier unser Punkt, wo wir hinwollen. Hier ziehen wir auch entsprechend drüber. Das wird ein bisschen unübersichtlich hier hinten. Nicht ganz so weit drüber, weil da kommt ja irgendwann der Zaun. Aber er muss ja auch seinen Hänger gerade stellen. So, und damit wären die Einfahrten alle fertig. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Natürlich hier hinten unsere Anfahrpunkte im Silo. Die wir uns noch machen müssen. Das wird dann Silo 2 Abladen 1 Das wird dann Silo 2 und 2 Silo 2, 3 Silo 2, 4 und Silo 2, 5 So, dann wären wir fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich die ganzen Sachen in extra Ordner. Silo 1 Brauchen wir dann noch einen Ordner sozusagen BGA Silo 2 Da ist er und dann schieben wir das alles hier rein und dann können wir hier entsprechend rotierend unser Echselgut anliefern lassen. Fertig. Ja, wie gesagt, hier ist das Einzige, es endet jetzt hier die Spur 3. Da könnte es eben sein, wenn er jetzt wirklich beim Ausfahren, wenn Silo voller wird, diese Ausfahrtsspur nimmt, er schiebt nicht zurück. Er fährt eben weiter vor, merkt, dass er auf rückwärts ist mit den zwei Punkten und biegt dann nicht in der Höhe ab, wie wir hier den Abzweich wie wir dann hier den Abzweich eingezeichnet haben. Er biegt dann nicht hier ab, er wird da jetzt hier hinten ungefähr abbiegen. Kann sein, dass er aber die Kante drüber fährt, dann muss man sich einfach hier die Punkte hier so zack noch ein Stück zurückziehen, den natürlich ja auch, natürlich nicht einen Abladepunkt vom Silo, sondern den hier einfach hier ein Stück zurück. Das müsste auch reichen, um gerade zu ziehen mit dem Hänger, das sollte nicht das Problem sein. Ja, das ist fertig, das Silo. So schnell haben wir eigentlich auch ein Bunkersilo hier entsprechend eingerichtet. Wie gesagt, nur mit fünf Spuren bis sieben Meter Breite, das reicht vollkommen zu. Wir können mal hier schnell noch auf den anderen Spielstand gucken. Dann müssen wir einmal hier weg. Weichern wir mal trotzdem. Ja, will ich. So, Karriere und dann ist es glaube ich, ich glaube der hier war es. Weil da hatte ich das dann mal ausprobiert. vorne im ersten Silo habe ich auch ausprobiert. Da sind glaube ich 2,5 Millionen drin, damit einfach nur abladen, ohne was aufschieben. Ist aber darum ein anderer Spielstand. So, mal gucken. Achso, er liefert ja gerade noch mal an. Achso, und er war hier im Silo. Also hier hinten habe ich schon nach dem gleichen Prinzip das Ganze eingefahren. Er hat hier gerade angeliefert. Ich habe dann so ein bisschen schon anliefern lassen. und ja, es wird hier Stück für Stück schön aufgeschüttet. Und wie man auch sieht hier von der Breite, das was ich sagte beim Hänger ausladen, das Häckselgut läuft ja nach rechts und links breit. Also das reicht vollkommen zu. Er wird jetzt gerade hier gewesen sein. Der andere wird dann hier weiterkommen und so wird das entsprechend durchrotiert. Und Silo füllt sich. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. und ja, mal gucken, was wir dann noch so zeigen können. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und Tschüss.